So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO! Und zwar das Ausbeute-Video vom Frubal Community Day. Ich möchte auch gleich wieder alles, was hier sitzt, wegfangen. Da ist ja oft im Ausbeute-Video direkt noch ein Live-Shiny dabei. Ich möchte euch zeigen, wie viele Shinies ich bekommen habe. Wie gut die sind, ob es einen Hunderter gab, die restliche Seite abholen von der Quest. Danke an Kaiser Kai sagen, denn von dem kam das Ticket. Oder? Zeig mal, mein Buddy heißt Kaiser Kai. Mein Buddy heißt Kaiser Kai, weil der Kaiser Kai mir das Seaday-Ticket geschenkt hat. Ansonsten, ja, passt das Pokémon jetzt gerade nicht hier rein. Das ist was anderes. Lasst euch da mal nicht ablenken. Dieser Seaday ging echt gar nicht. Irgendwie sowas muss auf jeden Fall in den Titel, denn es war... Kurzes Wort vorweg, Adi. Nix kaputt machen jetzt hier. Normalerweise 13.30 Uhr fahren wir immer los zum Englischen Garten, dass wir 14 Uhr starten können mit dem Stream, machen die Level-Ups direkt. 14 Uhr zu Beginn, alles hin und her. Heute war es so, Jonas und Sandra hatten noch Mittagsschlaf. Ich wollte die zwei jetzt nicht wecken. Ich selber hatte aber keine Lust, alleine dahin zu gehen, das alleine zu machen. Zu streamen komme ich mir immer irgendwie total blöd vor. Ich vergrieche mich sowieso in letzter Zeit. Jetzt gerade, wo das mit dem Zahnarzt, mit dem Gericht und so alles immer näher rückt. Möchte ich nicht alleine draußen rumlaufen, weil an jeder Ecke will dir jemand irgendwas und deswegen musst du da immer jemanden dabei haben. Zeugen und so, ist ja wichtig. Jetzt hat das nicht gepasst mit dem Schlaf. Jetzt habe ich gesagt, komm, lässt du die. Hab den Stream abgesagt. Fünf Minuten, nachdem ich den Stream abgesagt habe, kommt Sandra, komm, wir ziehen uns schnell an, wir gehen los. Ich sage, ich habe schon abgesagt. Ja, dann sagen wir doch wieder an, machen halt für 14.30 Uhr, denkst du, boah, gehst du halt los, die Leute alle so, ja, halt abgesagt wegen dem Wetter. Ich dachte, was für Wetter, hier scheint doch die Sonne. Dann fährst du da los, bist kurz vor 14.30 Uhr dort am Park und es fängt an zu regnen und du denkst, ah, jetzt verstehe ich auch das Wetter, keinen Schirm dabei gehabt, nix. Das war auf jeden Fall richtig räudig dann. Du hast ja versucht, ein bisschen rumzulaufen, ein bisschen was zu machen, deine Challenge zu machen, wieder mit erstes Shiny, letztes Shiny, die meisten Shinies. Aber irgendwie haben wir kurz vor Ende noch abgebrochen. Es ging gar nichts mehr. Das Display war so nass immerzu. Der Ball hat gemacht, was er wollte. Es hat absolut keinen Spaß gemacht. Die Luft war vorher schon raus durch das Durcheinander, durch das, wenn du was machen willst, so wie immer, aber das einfach nicht geht, nicht klappt in dem Moment, dann will ich am liebsten gar nichts mehr. Da will ich in mein schwarzes Loch mich verkriechen und dann ist gut. Pupsi hat es nur gut gemeint, komm, wir machen das. Das war halt eine halbe Stunde später, aber da war bei mir schon die Luft raus irgendwie. So, was haben wir aber stattdessen jetzt trotzdem gemacht? Erstmal gab es relativ wenige Quests, die ich gefunden habe, wo es auch Frubal am Ende rausgab als Encounter, was ich sehr schade fand. Weil immerzu gab es einfach nur drei Frubal fangen, aber dann nur Staub kriegen oder Bälle kriegen, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich mir die vierte Seite hier aufgehoben von der Ticketforschung, von der CD-Ticketforschung, die möchte ich jetzt hier abholen bei euch. 197, mittlerweile wissen wir, also der 100er-Wert müsste 201 sein. Ich hatte was mit irgendwas 180, habe das bewertet, habe dann geschätzt, dass es vielleicht so an die 200 hat. Dann hat man 198, das war glaube ich ein 98er. Also das müsste auch relativ gut gewesen sein, aber das 100er musste wohl 201 haben aus einer Quest. Jetzt haben wir hier Froyal auch drin, komplett fertig entwickelt, werfen wir mal einen Ball drauf, haben wir auch gefangen. Die letzten Beine bewerte ich mal, das ist nämlich ein 690er und hier haben wir dann ein 93er, weil das noch ein Ding weniger hat. So, jetzt haben wir die Quest auf jeden Fall fertig. Die 1-Euro-Forschung ist fertig. Danke an Kaiser Kai nochmal dafür, passt. Jetzt gucken wir hier mal kurz rein, Haben wir ein 4-Sterniges irgendwie bekommen durch irgendwas? Nein, ist bei den zuletzt Gefangenen nicht dabei. Was habe ich, wenn ich jetzt Froyal und Alter 0 eingebe? 143. Also 14.30 bis 15.30 Uhr haben wir ungefähr gespielt, die eine Stunde versucht vollzumachen im Regen. Wir standen oft rum unter den Bäumen, mussten warten, war absolut nervig. Dann dadurch, dass wir immer zustanden, war Jonas dann auch sehr unruhig. Den musste man Regenverdeck auf dem Wagen machen, das kannte er gar nicht. Normal schläft er, da ist das okay. Jetzt war er wach, hat gedacht, was haben die vor mit mir? T-Virus, Sauerstoffzelt, Hilfe. Dann war Marie dabei, die ist nie dabei. Jetzt war die dabei, war auch ungewohnt, ist eh genervt. Also am liebsten würde ich den Stream löschen, weil der zeigt nur die tiefen Abgründe meiner Seele. Aber was haben wir jetzt trotzdem gemacht? 143 Stück, okay. Und Shinies gab es 4 Stück. Da möchte ich das Höchste wieder entwickeln, eigentlich von dem WP her, aber wir bewerten die generell mal. Das hat 1 Stern, das hat 0 Sterne, das hat 1 Stern und das hat 1 Stern. Also es ist wirklich eigentlich egal. Wir nehmen aber das Höchste und entwickeln das Höchste einmal durch. Die Punkteverteilung war jetzt so, ich habe das zweite Frubal, was ich angeklickt habe im Stream, ist direkt Shiny gewesen. Das heißt, ich habe den Punkt für das erste Shiny bekommen im Stream. Dann habe ich irgendwann von Sandra nur gehört, sie hat 4 Stück gerade. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nur 3. Das ist hier Frubaila, sieht ja eigentlich relativ gut aus, ja. Da stand sie noch unter dem Baum, ich bin weggelaufen. Ich brauche unbedingt ein Viertel, damit wir gleich viel haben. Dann habe ich eins bekommen mit richtig wenig WP. Ich habe gesagt, Sandra, komm, wir machen jetzt Schluss. Wir brechen ab wegen dem Wetter. Mein Gedanke war, sie hat gerade 4. Ich habe gerade 4. Ist also Gleichstand bei, wer die meisten hat. Aber ich hatte ja das erste bekommen und ich habe nach ihr ja meins bekommen. Also würde ich auch den Punkt für das letzte kriegen. Also 3 zu 1 von der Punktevergabe. Jetzt habe ich sie auf dem Heimweg nochmal gefragt. Sie hat 5 Stück gehabt. Sie hat nicht 4 gehabt, sie hat 5 Stück gehabt. Das heißt, Sandra hat auf jeden Fall den Punkt für die meisten Frubal mit 5 Stück. Ich habe 4 Stück durchs gefühlte Ewige rumstehen. Einfach nur gab es eben 4 Stück, aber ja, nichts Besonderes, nichts Starkes. Wie sieht es aus jetzt mit XXL oder irgendwas? XXL. Haben wir hier 2 Stück. XXL, das sieht gut aus. Wir können es auch mal bewerten. Das ist so, das ist so. Also, naja, eigentlich ist es halt doch nichts Besonderes. Hier das, da haben wir Frubal dabei mit XXS als ganz kleines. Hier haben wir noch das 96er aus der Quest. Äh, das 93er aus der Quest. Das ist auch ein XXS-Froyal hier gewesen. Aber ich habe noch was Gutes bekommen, oder? Frubal. Wie finde ich das jetzt? Ich habe eins, glaube ich, durchentwickelt. Ich hätte einfach 3 Sterne eingeben sollen. Das war, glaube ich, auch recht am Anfang der Aufgabe. Hier das, das vielleicht. 12, hier genau. 98er, 98er-Froyal am Anfang entwickelt für die Aufgabe, wo man E1 ententwickeln soll. Da kam das bei raus. Also, 4 Shinies, 147 Stück gefangen. Eine Stunde, erster Punkt, letzter Punkt, Mittelpunkt kriegt Sandra. Quest gelöst, das war eigentlich alles. Wir tippen die hier jetzt nur noch schnell durch. 97. Ach, komm, jetzt bist du doch zu Hause. Jetzt ist doch hier, das müsste ich jetzt immer dazu. Hier, da ist es. Da ist es Live-Shiny. Da ist es Live-Shiny mit 123 WP. Das machen wir ja immer so. Die zu Hause noch schnell wegfangen, eintüten. Vielleicht ist, oah, Back-to-Back-Live-Shiny mit 53 WP. Nehmen wir noch mit. Das werte, den sieht er ja richtig auf. 238, aber ist ja ein wildes. Da gibt es ja sowieso 35 verschiedene Kombinationen. Da zählt das natürlich nicht mit 201. 201 hat es nur. Wenn es aus der Quest kommt, weil es da Level 15 hat. Auf Level 15 gibt es nur eine 100er Kombination. Einen Wert. Und das ist eben 201. Das hier, wenn es 201 hätte, geht es in der Wildnis. Muss das nicht der Wert sein. Kann ja sein, das ist Level 16. Weil es aber schlechte Werte hat, ist es zwar mit Level 16, 201, aber es ist halt einfach kein 100er. So, wir fangen jetzt hier weiter. Das ist schnell noch durch. Natürlich die zwei Back-to-Backs. Oder das Back-to-Back. Sagt man die beiden Back-to-Back, aber ein Back-to-Back ist ja schon zwei, oder nicht? Oder wie kann man das dann ankündigen? Auf jeden Fall freut mich das. Finde ich gut, dass wir das jetzt hier noch drin haben. Ich werde auch gleich nochmal vier Sternchen eingeben. Weil es kann sein, dass jetzt hier vielleicht noch ein 100er dabei war, unbemerkt. Dann möchten wir das natürlich zeigen. Das linke, was da sitzt, ist immer noch nicht drin. Doch, es ist drin, es ist weg. Es hat nicht gezählt, weil es schon gefangen war, aber noch saß und die Animation wieder hinterher gehangen hat. Letztens hat auch einer gesagt, der Schnellfang-Trick geht gar nicht mehr, aber doch, ihr seht, er geht noch. Also draufwerfen, fliehen, machen und tun. Je öfter man den nutzt, desto mehr Reißlaus entsteht auch. Und jetzt habe ich, habe ich nicht, doch, komm. Das muss alles disbornen hier, da darf nichts mehr sitzen. Dann weiß ich erst, dass ich fertig bin. So, jetzt ist alles weg. Jetzt sieht es gut aus. Hier kann ich mir noch zwei Aufgaben mitnehmen, zwei Feldforschungen. Snapshots habe ich heute auch wieder nicht gemacht. Jetzt gebe ich noch einmal vier Sternchen ein. Da ist nix. Hier habe ich einen 100er Garados erlöst. Ich versuche jetzt alle Mega-Entwicklungen immer als erlöste 100er zu kriegen. Das ist mein neues Ziel. Und, ja, ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bei den Peace Out Forward, euer Ramses. Wie sieht es bei euch aus? Jetzt habe ich also nicht nur vier Shinies. Ich habe nicht nur fünf Shinies. Durch das Back-to-Back-Rad habe ich jetzt sechs Shinies. Die Farbe sieht gut aus, aber ich glaube, die werde ich auch wieder alle verschicken, weil es sind ja Seaday-Shinies und die hat jetzt jeder, der heute gespielt hat. Und ansonsten, gute Nacht. Peace Out Forward, euer Ramses. Wie war eure Ausbeute? Schreibt es unten rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gucke jetzt Wrestling. Ihr guckt Fußball. Ciao. Das war unsere Ausbeute. Das war unsere Ausbeute. Das war unsere Ausbeute. Das war unsere Ausbeute. Vielen Dank.